Aldemar HD Toll Hey Leute Hier ist der Aldemar Mit Foundation Hier ist es Das hübsche Walter Tal Die Brücke ist jetzt glaub ich fertig Oder? Jetzt hier im Moment Ländliche Kirche ist schon wieder fertiggestellt Aber es gilt immer noch nicht für die Wahrscheinlich jedes Mal so ein Grab Ah guck mal die Gräber sind fertig So Die Brücke jetzt hier mal Immer noch nicht Es fehlen immer noch Boah es sind immer noch viel Holz Ist das viel aber vier fehlen noch Es fehlen noch drei Wieder zwei neue Dorfbewohner Ja wir sind immer noch am Essen am Kämpfen Wir werden mit Essen beliefert Und es wird direkt Aus den toten Händen des Händlers Gerupft Aber wir brauchen viel mehr Fisch Und Bären Bei Bären ist es mittlerweile ja halbwegs geht Da ist Mine Wo wir viel Werkzeug gewerben Können wir mal den Werkzeugkauf einstellen wieder Uh! Was braucht der? Fisch! 20! Können wir jetzt mal Ja machen wir Machen wir für den Klerus Der Klerus Der Klerus Der muss Russ Klerus Bevorraten Bevorraten Haben wir eigentlich genug? Scheiße wo war das denn jetzt nochmal? Da Jetzt muss die nur eingelagert werden Der Fisch Der Fipf Der Fipf muss eingelagert werden Wie sieht es mit Mehl aus? Immer noch super Müssen wir wahrscheinlich irgendwann noch eine Bäckerei bauen Die hauen aufs Brot Da Ich hasse Brote Ich hasse Brötchen Ich hasse Steine Ich hasse Steine Ach ja Haben wir das da gekauft? Ne Wir haben die hier gekauft Weil wir die Insel beziehen wollen Aber Eigentliche Ziel wäre das da Alter Da müsste ich schnell hinbauen So zwei Felder kaufen Und dann da Oh Mann drei Felder müsste ich kaufen So hoffentlich hat das mich jetzt hier nicht bankrott gemacht Wir müssen mal gucken Ich kann sie auch wieder abgeben Aber erstmal gucken wir mal So viele Arbeitskräfte habe ich überhaupt gar nicht um da auch arbeiten zu lassen Aber wir könnten es halt mal Ich weiß ja gar nicht ob das weniger effektiv ist oder Zwei neue Dorfbewunde schließen sich auch im Dorf an Wir müssten eigentlich dann auch noch hier Lagerhaus für Bären hinsetzen Weil es einfach zu viele wären Sollen die erst überbauen Das wird jetzt dauern Ich meine wir kriegen immer wieder neue Bürger rein die Steuern abgeben müssen Dann haben wir hier nochmal eine Kirche Und dann haben wir Kleidung Der neue Schneider die habe ich voll vergessen Aber einen Pastor kriege ich immer noch nicht ne? Priest None Florenz Steven Ist der Walter eigentlich noch da? Ist Walter noch da? Ankunft Pierre-Louis Pierre-Louis Sie sind immer noch da Müller und Bauarbeit Da waren wir auch Holzfäller Äh Walter ist nicht mehr da Es ist sehr traurig Aber Walter ist nicht mehr da Ich hätte nicht nachschauen sollen Fertig! Sehr gut Dann müssen wir dich mal bevorraten Fisch weg Boah, sehr gut So, jetzt gucken wir mal So, schalte Kirche frei zuerst Und irgendeine Steinmauer Kleine Steinmauer Die haben wir eigentlich schon Ne, haben wir nicht! Die haben wir noch gar nicht So, wir haben die Kirche Gott würde es äh Gott würde es schätzen wissen Wenn ihr ein Denkmal für seine Pracht bauen würdet Der bitte nachkommen Baut eine Kirche Wie lange? Kein, ah Sehr schön So, dann bauen wir mal die wunderschöne Kirche Und zwar Boah, jetzt weiß ich noch nicht Hier hin? Ich würde schon hier hin bauen Das andere Ufer Ja, aber das wäre schon so in die Mitte Ah, eigentlich schon cool Aber eigentlich soll ich hier eine Kathedrale hin Die gibt's doch, oder? Kloster! Die machen bestimmt Wein Komm, ihr müsst jetzt hier hin Ein Mammutprojekt Der Kölner Dom Der Kölner Dom Was macht denn der kleine Turm? Der ist echt klein Der kommt in die Mitte Und äh, ja, so Nee, der muss weg. Regal weg damit. Mal langsamer machen hier, oder? Glasmalerei. Uh. Da finde ich hier überhaupt gar keinen Platz. Da finde ich hier. Ähm... Wollen wir die nicht kleiner? Ist jetzt blöd. Dass ich mir vorne keinen Eingang hinmachen kann. Steinrot. Oh! Ne, ne, so. Äh... Das ist schon ziemlich blöd. Der hat keinen Eingang vorne. Kann auch so machen. Kann aber auch so machen. Kann aber auch so machen. Der Böcher mit dem Föcher. Ups. Ups! Muss nichts falsch machen. So... Hintere Eingänge vor der Eingang. Die Eingang. Katedrale. Hintere Eingang. Ha-ha-ha-ha-ha-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho. Entschuldigung. Musik passt halt nicht. Ich höre lieber auf, wovor ihr alle geht. Ach, Mann, das hat mir jetzt gedauert. So, wir brauchen Steinmetze. Wir brauchen Steine. Steine. So, machen wir jetzt mal hier ein neues Steinmetzlager hin. Obwohl es hier genug Steinen gibt. Erstmal einer. So, was brauchst du denn an Steinen? Normale Steine. 417. Meine Güte, das wird lange dauern. Dann noch eine Steinmetzlager. So, dann mal los. An die Arbeit, meine kleinen, tapferen Arbeitsgesellen. Ich müsste eigentlich mal hier den Markt weiterbauen. Das geht so nicht. Der ist nämlich noch nicht fertig. Bis zum nächsten Mal. So, so ein kleines Lager. Okay, was ist los? Gebäudefertigung in den Markt. Ein Gesandter bittet um Audienz. Der Krieg wird ko- äh, der Krieg kommt. Wir sind vorbereitet und werden eigentlich nicht, bla bla, Truppen, okay. Truppen schicken. Rudolf, Wilhelmine, Henry, Sophie und Liliane. Los geht's. Ihr seid doch schon meine Veteranien. Ihr werdet das Ding schon schaukeln. Oh Mann, die Kathedrale. Wir müssen hier bald alles abholzen. Soll ich sowieso mal wieder anfangen? Kathedrale kann jetzt erstmal lange, lange gebaut werden. Nein, jetzt rennen die alle hier durch. Das kann ich aber auch verhindern, indem ich sage, ich baue hier einen Zaun hin. Oder ein Verbotsgebiet. Aber ich baue lieber einen Zaun. Naja, so nicht. Eigentlich ging das mal. Gehen halt da in die Kirche, aber hier ist halt blöd. So müsste es gehen. Gucken wir mal. Okay, Kirche ist gebaut. Was denn da hinten mit den... Ach guck mal, hier ist auch schon fast alles gebaut. Wir lassen das aber erstmal stehen. Wir brauchen erstmal alle woanders. Sehr gut. Der Markt, den müssen wir eigentlich noch ein bisschen zieren. Mit wunderbaren Zielsachen. Zum Beispiel Ziersträuchern. Wer hätte das gedacht? Ja, das Problem ist mit dem... Mit dem Brunnen. Zierbaum. Ah, was soll's. Oh, hier baut auch noch einer hin. Oh, hier baut auch noch einer hin. Sehr schön. Baut noch mehr Wohnhäuser. Der Eingang. Baut da auch noch einen Eingang. Sonst würde ich das zumachen. Man kann ja auch einfach ins Haus bauen. Sehr schön. Hups. Äh, helfen wir mal dem... Aber dem König helfen wir schon ohne Ende. Ist mal alles für mich behalten. Ja, auch der Kleos hat noch Prunk. Aber da werden wir ja bald einiges noch bekommen. Jagdhütte. Oh, Jagdhütte. Scheiße, ich denke mal jemanden. Prunk für... Prunk für... Den Lappen hier. Tränkenspuppe macht natürlich gar nichts. Lagerhaus. Äh, nah, wir sind zurück. Ein freies Territorium. Plus 10 Dingens. Moment, jetzt haben wir doch schon 30. Aber wir brauchen einen Prunk. Könnten das editieren und vergrößern. Einfach damit wir den Prunk bekommen. Und noch einen reinsetzen. Und noch einen reinsetzen. Das ist ein kleines Holztor. Zierfahne. Hier noch eins hinmachen. Dann... Untertitelung. BR 2018 Wäre gar keine Tür dann, ne? Das ist dann also 3 plus 1, 4 Aber so viel macht das nicht. Wir können auch mehrere bauen. Dann haben wir sowas wie Grenzposten. Vielleicht ist das besser. Äh... So viel haben wir gar nicht. Wir haben nur den Hölzl in den Bergfried. Wir bräuchten sowieso ein... Hier. Einen Handelseingang und einen Bürgereingang. Also machen wir einmal... Können wir den einfach hier hinsetzen? Das ist auch ne gute Idee. So als Kreuzung. Auf 3,50. So. So. Wir haben hier kein Dinges, ne? Machen wir trotzdem mal so. 4,5. Lassen wir uns erst mal bauen. Ja, das... Das braucht sowieso seine Zeit. Steinchen. Nur Steinchen. Das muss dann mal hier vielleicht maximiert werden. Zuerst das... Bären 7, meine Güte. Bin ich ja mal gespannt. Wie ihr euch hier reinhaut. Jetzt hoffe ich, wir werden die mal bald gebaut. Fünf Werkzeuge. Holz, meine Fresse. Holz, 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 Holz. Überall brauchen wir Holz. So, also. Kathedrale de Mar wird gebaut. Wir haben hier Holz in Bergfried. Da fangen wir 1, 2, 3. Dann haben wir Punkt 15. Circa. Wir brauchen Punkt 15. Dann haben wir Jagdhütte und Bergfried. Und Bergfried ist wichtig, dann können wir die Burg bauen. Hier ist auch die Waffenschmiede. Und die Burg soll ja eigentlich dann hier oben hinkommen. und die überwacht dann das Dorf. Das war der Plan. Ich dachte, der Backflip ist schon die Burg, aber ist er gar nicht. Oder vielleicht ist das ein Teil davon. Aber es sind unsere Grenze und Wachposten. Entschuldigung. Ich bin noch nicht mal so lange wach. Ich sollte nicht gehen. So, wieder zwei neue Leute dazu gekommen. Kleidung ist immer noch scheiße. Das ist krass. Okay. Kommt der Schneider nicht mehr hinterher? Das kann jetzt sein. Dann müssten wir... Der Schneider kommt mal nicht mehr hinterher. Das ist ja krass. Wie sieht es denn mit Wolle aus? 152. Alles klar. Wir bauen erstmal zwei neue Schneider. Schneiderei! Die kommen alle in die Nähe von der schönen Wollfarm hier. Oder auch nicht. Nein, nicht Schneiderei. Entschuldigung. Weberei. Gegenüber vom Schneiderlein. So, dann können wir noch einen. Ne, da passt keiner mehr hin. Dann halt... 200. Oh. Oh, Geld. Oh, du wunderbares Geld. Laufen wir nicht davon. Oh nein. Oh nein. Ach, cool. So cool, wie das Spiel aussieht. Zumal ich kann mir das nächste Mal... Wie... Also, das sieht echt toll aus. Genau so sehen mittelalterliche Dörfchen und Städtchen aus. Genau so. So muss das sein. Das ist fein. Oh nein. Wir haben ein Holzproblem. Das ist auch nicht so gut. Oh nein, oh nein. Fein. Wir könnten das noch kaufen. Hat nur 50 gekostet. Weil wir haben ja die Dinge jetzt abgeschlossen. So, abbauen. So, und... Aufforsten. So. So, zwei kommen jetzt vielleicht auch mal hinterher. Aha. Warten noch. Die warten noch. Okay. Wie sieht's hier aus? Sind schon alle Tatentrefte am Arbeiten? Sehr gut. Hoffentlich holst du nicht das Zeug von Kilometer weiter... äh, ferne ab. So. Erstmal wird's hier abgebaut. Das ist doch gut. Steinmetzlager. Fertiggestellt. Jetzt machen wir das so. Erstmal drei. Äh, wollen wir irgendwas verkaufen? Wir könnten mal diese Steine verkaufen. Obwohl ich die gerne... ...bevorraten würde wollen. Eisenerz. Guck mal, 203 Eisenerz. Wie sieht's denn aus mit Barren? Sechs. Mal messen wir es mal so. Ganze Holz muss auch weg. Nur 87 Holz. Das soll ja wohl... Ist ja schon nicht so schlecht. So. Prioritieren. Wir brauchen mehr Stoffe. Und dann bräuchten wir noch einen davon. Das kostet 200. Noch einen... Weber. Den Herrn Weber. Gibt's hier jemanden, der zuschaut, der heißt Weber mit Nachnamen? Da wisst ihr, wo ihr euren Namen her habt. Namen her habt. Ja, so sind die Nachnamen entstanden. Können wir ihn hier hinsetzen? Oder hier... Das ist ja noch ein Schneider, aber das gibt's keinen Platz. Können wir auch so hinsetzen. Äh. Och nö. Komm schon. Ist doch alles schön hier. Vielleicht wohnt der irgendwo, wo es echt zum Kotzen ist. Vielleicht reißen wir mal diese Hütte da ab. Äh. Wir helfen dem... Aber Prunk kriegen wir nicht dafür. Lass uns erst mal. Wo ist das der hier? Nee, wer wohnt denn im Arschgebiet? Nö, keiner. Guck mal, warum ist der hier so rot? Achso, ist Verb... Verbotszone, Entschuldigung. Verbietszone. Kann auch sein, dass... Treue Besucher. Minus eins. Ja, Kleidung ist ein Problem. Immer noch. Immer noch die Kleidung. Oh Mann, ich bin über überziehen. Scheiße. Leute, haut rein. Das war's von mir. Von Foundation. Das Walter Tal wächst. Bis dahin, haut rein. Bis dahin, haut rein. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin, haut rein. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Habine Ahitue prec 이것 sind univers forty. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.